Kapitel 3 Ins kalte Wasser Auszug Nummer 3 aus der Rede von Dr. Cornelius Reach Und wenn Sie nun fragen, wer mir das Recht zu meinen Handlungen gegeben hat, dann habe ich darauf keine Antwort, die Sie zufriedenstellen wird. Denn die Wahrheit lautet, dass ich mir genau wie die grausamen Könige, die unsere Welt jahrhundertelang ausgebeutet haben, das Recht einfach genommen habe. Ich bin nicht besser als Ihre Arbeitgeber, meine Damen und Herren, die Sie nun Ihre Waffen auf mich richten. Aber ich bin auch nicht schlechter. Und wenn man mich in Zukunft dennoch als einen schlechten Menschen einordnen wird, vielleicht sogar als einen der schlimmsten, dann bin ich nur deshalb schlecht, damit jene, die nach mir kommen, die Chance erhalten, besser zu sein, in einer besseren Welt. Falls diese Einordnung zutrifft, erschießen Sie mich jetzt und entfernen Sie damit das letzte Schlechte. Und dann legen Sie Ihre Waffen für immer nieder, gehen Sie raus und erfreuen Sie sich an der neuen Welt, deren neuer Ethik und Moral ich vor wenigen Minuten den Weg ebnete, wenn ich selbst auch diesen Ansprüchen nicht genügen konnte. Ich glaube fest daran, dass Sie es können. Und das, flüsterte Vincent geheimnisvoll, ist das, was wir Magie nennen. Er vollführte mit dem rechten Arm eine kreisförmige Geste, sprach die auswendig gelernte Formel und löste die Bindung der Lichtmagie in der riesigen Deckenleuchte hoch über ihren Köpfen. Sie flackerte einmal kurz und leuchtete dann eine Stufe heller als zuvor. Vincents Lippen wurden ein wenig schmaler. Er hatte das rechteckige, nun weiß strahlende Feld eigentlich aus und wieder einschalten wollen, um so die gigantische Eingangshalle mit dem schimmernden schwarzen Boden kurz in das bläuliche Zwielicht der symmetrisch angeordneten flachen Brunnenbecken zu tauchen. Aber eine Königskrabbe hatte bessere Chancen, ein gefeierter Pianist zu werden, als Vincent ein Experte im Umgang mit magischen Bindungen. Oder Bindungen allgemein, dachte er kurz missmutig, zwang sich dann aber zur Raison. Er war hier schließlich auf der Arbeit und musste zumindest hin und wieder professionell wirken. Also lächelte er selbstbewusst in die Runde seiner Zuschauer, so als sei bezüglich des Lichts genau der gewünschte Effekt eingetreten. Nicht, dass es einen großen Unterschied gemacht hätte. Von den ungefähr 20 Jugendlichen sahen ohnehin nur 5 in seine Richtung. Und von dieser ohnehin schon mageren Ausbeute schauten zwei so gedankenverloren und mit glasigem Blick durch ihn hindurch, dass Vincent nicht glaubte, am heutigen Tag einen inspirierenden Eindruck in ihren Herzen zu hinterlassen. Aber sei es drum. Der Lehrer, der nebenbei bemerkt ebenfalls gedankenverloren auf seinen magischen Taschenspiegel starrte, hatte eine Tour im Museum der Magie gebucht, also musste Vincent eine Tour liefern. Er wurde dafür bezahlt, dass er redete, nicht, dass man ihm auch zuhörte. Er wollte seine Körperhaltung gerade wieder etwas straffen, als ihm ein beunruhigender Gedanke in den Sinn kam. Hatte er vielleicht unbewusst ausgeblendet? Er ließ seinen Blick erneut über das mickrige Publikum schweifen, deren leere Blicke genauso gut der Wand hinter Vincent gelten mochten. Kurz überlegte er, wie man dieser Frage professionell nachgehen könnte, als er irgendwo eine Kaugummiblase zerplatzen hörte, was seiner Geduld beträchtlichen Schaden zufügte. Er riss den Arm nach vorne, deutete an einen Punkt irgendwo in den Weiten der Eingangshalle und rief, »Was ist das denn?« Sämtliche Köpfe im Umkreis schnellten erst zu Vincent, folgten dann seinem ausgestreckten Arm und schnellten wieder zurück zu ihm, als niemand etwas erkennen konnte. Ein 13-jähriges Mädchen hatte vor Schreck seinen Snow White weggeschleudert, einer dieser teuren Luxustaschenspiegel, und lief nun zügig zu ihrem unfreiwillig verstoßenen Gerät, während sie Vincent einen giftigen Blick zuwarf. Dieser improvisierte schnell. »So einen Ausruf müssen wohl die Menschen beim ersten Ausbruch der Magie von sich gegeben haben!« Er sah, wie der Lehrer wütend den Kopf schüttelte, und ihm wurde ein wenig heiß. Wenigstens wusste er nun, dass er definitiv eingeblendet und scheinbar einfach nur uninteressant war. Als hätte er für diese Erkenntnis die wandelnden Hormonsilos vor ihm gebraucht. »Wer von euch, ähm, wer von euch kann mir denn sagen, wann sich der erste Ausbruch der Magie zutrug?« Zunächst sagte niemand etwas. Dann erbarmte sich ein schlagsiger, blonder Junge und sagte mit einem Schulterzucken träge, »So vor 50 Jahren.« »Warum fragst du nicht deinen Snow White?« fragte Vincent in der leisen Hoffnung, die Führung etwas interaktiver zu gestalten. »Das ist ein Reflection«, sagte der Junge verächtlich, als habe Vincent ihn soeben beleidigt und machte keine Anstalten, seine Gedanken auf das Gerät zu richten. Doch ein Mädchen weiter hinten war Vincents Ermunterung offenbar nachgekommen, denn sie murmelte, »38 Jahre.« Vincent nickte ihr dankbar zu, doch ihr Blick hatte sich zum Sprechen nicht von dem Spiegel gelöst. Sicher war sie über diesen Spiegel gedanklich mit mindestens einem der anderen Mädchen verbunden und tauschte gerade lachende Emoticons in Bezug auf Vincent aus. Seine Hand tastete schon reflexhaft nach den Stimmungsaufhellern in seiner Manteltasche, als ihm einfiel, dass er stattdessen die Tourist-Guide-Uniform trug. Er schluckte einmal kurz, klatschte dann in die Hände und lächelte wieder breit. »Ganz genau. Vor etwa 38 Jahren sprengte Cornelius Reach die Blockade zum letzten verborgenen Magiespeicher auf, den wir heute die Quelle nennen, und Dr. Cornelius Reach verbesserte ein brünettes Mädchen kalt, woraufhin ihr der blonde Junge, den Vincent zuvor angesprochen hatte, einen angewiderten Blick zuwarf. »Ach, komm schon. Du bist doch nicht wirklich so eine Reach-Hippie-Gammlerin, oder? Der Sack war ein Terrorist.« Einige andere Jugendliche lachten und sahen von ihren Spiegeln auf, um zu sehen, wie das Mädchen reagieren würde. »Halt die Schnauze, Paul!« rief sie zornig. »Bloß, weil du so dumm bist, dass du die Regierung alles für dich vordenken lässt, ist Reach noch lange nicht...« »Das heißt Dr. Reach!« äffte Paul sie nach. Sie tat einen wütenden Schritt nach vorne. Vincent sah hilfesuchend zu dem Lehrer hinüber, der seinen Blick bemerkte, genervt von seinem Spiegel aufsah und seufzte. »Leute, lass doch mal gut sein.« »Wieso? Lilly hat doch recht!« rief nun ein großes Mädchen mit kurzen, blonden Haaren wütend. »Man darf nicht mal sagen, dass Dr. Reach auch Gutes getan hat, ohne gleich beleidigt zu werden!« »Oder Schlimmeres«, »ergänzt ein dicklicher Junge bestimmt, wie man vorgestern auf dem MAG-Platz gesehen hat.« »Ganz genau!« rief Lilly und deutete bestätigend auf ihren Vorsprecher. »Ja, als ob das die Polizei war!« rief nun ein anderes brünettes Mädchen mit spitzem Gesicht. »Den Impuls haben eure Reach-Freunde ausgelöst!« Zustimmende Rufe erklangen überall in der großen Eingangshalle. Andere Touristengruppen blieben nun stehen und starrten verwundert zu Vincent und seiner Schar herüber. »Ach, dann war es also nur Zufall, dass diese Detective McComb oder wie sie hieß nur Sekunden vor dem Impuls einen Befehl gegeben hat!« fragte das große blonde Mädchen mit falschem Lachen. »Ob Zufall oder nicht, sie hat doch alles richtig gemacht!« gab das spitzgesichtige Mädchen mit ebenfalls falschem Lachen zurück. »Diese Reach-Extremisten brauchen mal einen Dämpfer!« Der letzte Satz verhallte in dem langgestreckten Eingangsbereich. Zuvor unbeteiligte Menschen sahen schockiert herüber, und ein sehr großer und breiter Mann mit schwarzem Vollbart begann sich wie schlafwandend langsam auf die Gruppe zuzubewegen. »Meine Schwester war unter den Toten«, sagte er leicht abwesend und beilte seine große rechte Hand zur Faust. Vincent sah erneut flehentlich zu dem Klassenlehrer, der seinen Blick erwiderte, den Mund aufklappte, ihn wieder schloss und dann regungslos verharrte. Paul stellte sich in einem scheinbaren Anflug von Ritterlichkeit, den er, von seiner Mimik schließend, augenblicklich selbst bereute, vor das brünette Mädchen und sagte nervös, »Chloe hat's nicht so gemeint, oder, Chloe?« Chloe schüttelte hinter seinem Rücken schnell und Angst erfüllt den Kopf. Doch der bärtige Riese kam immer noch näher und sah Paul mit einem ebenso leeren Blick an, wie dieser ihn zuvor für Vincents Vortrag übrig gehabt hatte. »Geh aus dem Weg, Junge!« Ein letztes Mal blickte Vincent zu dem Lehrer, der in etwa so bereit zu Heldentaten schien, wie ein Reh im Scheinwerferlicht eines heranrasenden Autos. Vincent seufzte und trat dem Bärtigen in den Weg, die Hände beruhigend vor sich erhoben. »Ihr Verlust tut mir sehr leid, Sir. Niemand hat es verdient, Angehörige auf diese Weise zu verlieren. Aber ihre Wut darüber, an einem 13-jährigen Mädchen auslassen zu wollen, ist mit Sicherheit der falsche Weg.« Er hatte absichtlich laut gesprochen, in dem Glauben zustimmende Rufe würden nun in der Halle auflodern. Doch es blieb beunruhigend still. Der bärtige Mann überragte ihn nur mehr als einen Kopf, war fast doppelt so breit und sah leer und ohne erkennbar aufkommende Vernunft auf ihn herab. Vincent konnte gerade noch ein ängstliches Quieken in ein seltsames Räuspern umwandeln. Er drehte sich langsam seitlich und blickte zu den verängstigten Teenagern herüber, wobei er alle Selbstbeherrschung aufwenden musste, um den Blick nicht ständig in das Gesicht des bärtigen Mannes neben ihm zurückflackern zu lassen. Er bemühte sich um einen sachlichen und ruhigen Tonfall. Jeder von Euch hat mit seiner Meinung über Dr. Cornelius Reach in gewisser Hinsicht recht. Er ist sicher nicht der Terrorist, zu dem ihn einige Vertreter der Politik und der Medien heutzutage machen wollen. Wir haben historisch-faktische Gründe anzuzweifeln, dass er die Folgen seiner Entscheidung in Gänze absehen konnte, geschweige denn irgendeinem Menschen schaden wollte. Und seine Entscheidung, die Magie zu befreien, hatte auch enorm positive Folgen für die Welt, wie zum Beispiel die völlige Unabhängigkeit von fossiler oder atomarer Energie. Vincent nickte Lilly zu, die zittrig zurücknickte, wobei ihr Blick zwischen Vincent und einem ihm bekannten Punkt etwa anderthalb Köpfe über ihm hin und her schwenkte. Vincent drehte den Kopf zu Paul und Chloe. Er war aber sicher auch kein Märtyrer, der aus einer rein selbstlosen Überzeugung handelte. Im besten Fall war es naiv von ihm zu glauben, die Magie kontrollieren zu können. Im schlimmsten Fall war er egoistisch genug, nicht weiter darüber nachzudenken. Seine Entscheidung führte zur Spaltung der uns zuvor bekannten Welt in die drei Hauptreiche Asterion, Libra und Requiem und zu einem Krieg, der viele Millionen Opfer forderte und in Bezug auf Requiem sogar bis heute anhält. Paul und Chloe nickten ernst und fast synchron. Vincent wandte sich wieder an den riesigen Mann zu seiner Rechten und sagte so leise, dass nur dieser es hören konnte, »Es ist also nur natürlich, dass man geteilter Meinung über Cornelius Reach ist, aber niemand sollte für diese Meinung leiden oder sogar sein Leben verlieren müssen.« Vincent sah dem Mann traurig in die Augen und wollte ihm mitfühlen gegen den Arm klopfen. Im nächsten Moment traf ihn eine Abrissbirne am Kopf und es blitzte weiß vor seinen Augen auf. Er war sich verschwommen bewusst, dass er durch die Luft flog und irgendwo Mädchen kreischten. Dann erinnerte ihn einer der Brunnen schmerzhaft daran, dass Menschen körperlich nicht für lange Flüge aus eigener Kraft ausgestattet sind. Er schrie auf, landete verkrümmt in dem langen Becken und reute dann leicht auf die Seite, wobei sein Kopf unter einem Rinnsal eiskalten Wassers zum Liegen kam. Durch eben jenen, völlig zufälligen Umstand erlangte Vincent innerhalb weniger Sekunden das Bewusstsein wieder. Er hörte, dass der bärtige Mann etwas brüllte und andere Menschen nun ebenfalls schrien, doch sein Blick wollte sich einfach nicht scharf stellen. Schwächlich, als würde sein Arm eine Tonne wiegen, fing er ein wenig Wasser in der flachen Hand auf und klatschte es sich in das Gesicht. Nun konnte er endlich etwas erkennen und sah, dass dutzende Gesichter entweder erschrocken zu ihm oder in den westlichen Teil der Halle starrten, wo die Jugendlichen panisch auseinanderstorben und der riesige Mann ihn mit wutverzerrtem Gesicht stampfend nachsetzte. Ein Alarm ertönte, aber es würde mindestens noch eine halbe Minute dauern, bis Hilfe eintraf. »Zu lange,« begriff Vincent, als der blonde Paul durch die Luft flog und über den glatten schwarzen Boden davonrutschte. Vincent packte einen der metallenen Absperrungspfosten des Brunns, löste den Knoten des Seils und blendete aus. Als hätte ein plötzlicher Windstoß dutzende Wetterhähne gleichzeitig gedreht, wandten sich alle Köpfe, die bis zu diesem Moment auf Vincent gerichtet waren, synchron dem Riesen zu. Vincent sprang aus dem Brunnen und lief leicht wankend auf den Ort der Auseinandersetzung zu. Chloe hatte sich gegen die Wand gedrückt und kreischte, während der Bärtige mühelos das große blonde Mädchen abschüttelte und zügig näher kam. Mehr stolpernd als rennend überwand Vincent die letzten Meter, holte Schwung und schlug den Pfosten beidhändig auf das Bein seines Gegners. Dieser bröte überrascht auf, knickte mitten in der Bewegung ein und fiel hart auf die Knie. Er sah für einen Sekunden Bruchteil zu Vincent, dann rotierte sein Blick verwirrt umher und er schlug in alle Richtungen. Vincent wich zurück und wartete darauf, dass das herumgefuchte der Arme aufhörte. Als der Kniende dann tatsächlich aufhörte, seine Arme umherzuschwenken und stattdessen Anstalten machte, wieder aufzustehen, legte Vincent den Pfosten weg, trat neben den Mann und schlug ihm mit der Faust ein einziges Mal kurz aber präzise gegen die Stirn. Augenblicklich erschlaffte der Riese und kippte der Länge nach auf den Boden. Vincent sah wieder für einen Moment sehr unscharf und war unfreiwillig versucht, es ihm gleich zu tun, sank dann aber nur rücklings gegen die Wand. Dort musste er dann allerdings doch kurz das Bewusstsein verloren haben, denn in der nächsten Sekunde standen überall um ihn herum Sicherheitsbedienstete und aufgewühlt plappernde Augenzeugen. Eine ältere Frau mit großem Hut erklärte einem Wachmann gerade, dann hatte der Große irgendeinen Anfall oder so etwas, denn plötzlich ging er in die Knie, schrie auf und schlug um sich und dann kippte er weg. Und es war niemand in seiner Nähe? fragte der Wachmann skeptisch. Nein, das blonde Mädel, das versucht hatte, ihn aufzuhalten, war schon längst zur Seite geschubst worden. Er war einfach verrückt, wenn Sie mich fragen. Vollkommen blem blem. Vincents Kopf pochte schmerzhaft und fühlte sich mindestens zwei Nummern zu groß an. Er stöhnte leise und musste scheinbar irgendwann eingeblendet haben, denn plötzlich rief jemand, Vincent, da sind Sie ja! Helfen Sie mir mal, meine Herren! Der Museumsdirektor, Mr. Sandem, und zwei Sicherheitsbeamte liefen zu Vincent. Letztere halfen ihm langsam in eine leicht schwankende, stehende Haltung. Fühlen Sie sich klar genug für eine Unterhaltung, Vincent? fragte der Museumsdirektor. Vincent betastete vorsichtig seinen Kiefer. Gebrochen scheint zumindest nichts. Was möchten Sie denn wissen? fragte er undeutlich. Lassen Sie uns das lieber in meinem Büro bereden, sagte Sandem, und in seinem Blick lag irgendwas, das Vincent aufgrund seiner Benommenheit nicht richtig deuten konnte. Wut? Nein, das würde keinen Sinn ergeben. Sandem gab den Sicherheitsmitarbeitern noch einige Anweisungen und führte Vincent dann den Flur entlang, wobei er leicht dessen Arm umfasst hielt. Als sie an Chloe vorbeikamen, lächelte Vincent etwas verschwommen zu ihr hinüber und erwartete, dass sie das Lächeln dankbar erwidern würde. Doch sie starrte ihn nur unsicher an, während er vorbeiging. Irgendwas stimmte nicht, und Vincent wünschte, sein Kopf würde endlich aufklaren, damit er sich einen Reim auf all das machen konnte. Sandem schloss sein Büro auf, führte Vincent zu einem Stuhl vor seinem Schreibtisch, schaltete eine kleine Tischlampe ein und setzte sich ihm dann gegenüber. Fünf Sekunden sagte keiner der beiden etwas. Dann sagte Sandem in einem Tonfall, den Vincent nun eindeutig als mühsam beherrschte Wut erkannte, »Sagen Sie mir bitte aus Ihrer Sicht, was in der Eingangshalle passiert ist.« Die Schüler stritten sich, sagte Vincent unsicher. Ein Mädchen, Chloe, machte eine unbedachte Bemerkung, die bei dem Unruhestifter nicht besonders gut ankam. Er war wie blind vor Trauer und Zorn und hätte das Mädchen vermutlich püriert, wenn ich nicht eingegriffen hätte. »Wie genau haben Sie denn eingegriffen, Vincent?« fragte der Museumsdirektor und beherrschte seine rätselhafte Wut immer schlechter. Nun regte sich auch Unmut in Vincent. Sandem tat ja gerade so, als sei er es gewesen, der ein 13-jähriges Mädchen hatte verprügeln wollen. »Ich habe versucht, ihn zu beruhigen,« antwortete er hitziger als beabsichtigt. »Aber wo bei anderen Menschen die Beherrschung wohnt, ist bei dem Typen anscheinend schon vor langer Zeit ein angepisstes Rhinozoros eingezogen.« »Das ist nicht witzig, Mr. Garner,« zischte Sandem scharf. »Ja, allerdings nicht,« gab Vincent im gleichen Tonfall zurück. »Warum bin ich hier der Angeklagte? Hätte ich ihn nicht aufgehalten, könnten Sie nach Chloe jetzt im Smoothie-Regal suchen.« »Haben Sie eigentlich gar keinen Anstand?« fragte Sandem verächtlich. »Sie lügen mir ins Gesicht, in meinem Büro, trotz all der Augenzeugen? Sie waren nicht einmal in der Nähe, als dieser Kerl glücklicherweise seinen Anfall bekam.« Vincent sprang von seinem Stuhl auf, was sich als keine gute Idee herausstellte, da der Raum vor seinen Augen wieder leicht zu kippen begann. »Und woher stammt dann der Bluterguss auf seiner Stirn? Denn da muss einer sein!« Der Direktor erhob sich nun ebenfalls zornig. »Weil er beim Umfallen mit dem Kopf auf den Boden geschlagen ist. Sie machen sich lächerlich, Garner. Leben Sie Ihre kindischen Heldenfantasien woanders aus!« Vincent hatte gute Lust, den Stuhl durch den Raum zu werfen, beherrschte sich aber eben so. Er atmete zweimal tief durch, dann sagte er, »Gut, dann habe ich halt nicht eingegriffen. Ist das ein Grund, so mit mir zu reden? Die Eingangshalle war voller Menschen, und niemand hat auch nur einen Finger gerührt, abgesehen von den Mitschülern des Mädchens.« »Warum schnauzen Sie die anderen Augenzeugen nicht an?« »Weil keiner von denen den Täter provoziert hat,« presste Sandem hervor. »Wie bitte?« »Alle Augenzeugen, inklusive Ihrer geretteten Schülerin, berichten über einstimmend, dass Sie den Mann leise provoziert haben, woraufhin dieser Sie K.O. schlug und auf die Schülerin losging. Zuvor habe er schon wieder gefasst und ruhiger gewirkt, und dann konnten Sie es anscheinend nicht lassen. Vermutlich mit der gleichen impertinenten Attitüde, die Sie hier gerade an den Tag legen.« Wincent starrte den Direktor ungläubig an. Er wirkte schon wieder gefasst und ruhiger. Echote er leise und trat wie betäubt einen Schritt vom Schreibtisch weg. »So sagen es alle Zeugen übereinstimmend,« wiederholte Sandem überdeutlich. Als Wincent nicht mehr tat, als ihn weiter anzustarren, fügte er seufzend hinzu, »Wincent, ich kann Sie hier unter den gegebenen Umständen nicht weiter beschäftigen. Sie waren immer ein tüchtiger Mitarbeiter, aber diese Geschichte wird Wellen schlagen.« »So wie ich im Brunnen,« sagte Wincent tonlos. Der Direktor sah ihn stirnrunzend an, tauchte dann eine altmodische Feder in ein Tintenfässchen und begann etwas zu schreiben. »Ich wünsche Ihnen alles Gute, Wincent, aber ich möchte Sie hier nicht mehr sehen. Seien Sie froh, dass ich keine Anzeige erstatte. Guten Tag.« »Sie werden mich nicht mehr sehen,« sagte Wincent mit seltsamer Betonung und verließ das Büro. Er schloss die Tür hinter sich, blendete aus und öffnete die Tür sofort wieder. Der Direktor blickte überrascht auf, murmelte dann etwas vom Wind und kam langsam hinter seinem Schreibtisch hervor. Wincent ging ungesehen in die andere Richtung an ihm vorbei, blieb vor dem Schreibtisch stehen und schaltete die Lampe aus. Dann griff er sich das Tintenfässchen, schraubte es auf und wartete, bis Sandem die Tür geschlossen hatte und sich umdrehte. Der Direktor blinzelte aufgrund des nun dunklen Raumes kurz verwundert. Dann schüttete Wincent den Großteil der Tinte mit einem kräftigen Schwung in das Gesicht des Direktors, der ein Geräusch machte, das wie »Mach« klang und in etwa dem Auftauchen eine Seelefanten gleichkommen mochte. Wie zuvor der bärtige Riese schlug Sandem wild um sich, rieb sich mit den Händen panisch über die Augen und stürzte über seinen Besucherstuhl auf den staubigen Teppichboden. Während er sich dort spuckend, gurgelnd und fluchend wälzte, stand Wincent in dem dunklen Büro über ihm und sah auf ihn herab. Sogar wenn Sandem ihn hätte sehen können, wäre Wincent nichts als eine Gestalt in den Schatten gewesen. Und so hätte selbst dann niemand bemerkt, dass Vincents Mund sich zum ersten ungezwungenen Lächeln seit Wochen verzog. Zehn Stunden später wankte Wincent immer noch, doch nun war dieser Umstand nicht mehr dem Kinnhaken im Museum, sondern der Flasche Binding Brew in seiner Hand geschuldet. Nicht dieser Flasche allein wohlgemerkt, sie war schließlich erst in seine Hand geraten, nachdem er die anderen acht zuvor in einem immer schneller werdenden Rhythmus weggeschmissen hatte. Wenn man durch dieses Bier in einen Zustand wie Wincent geriet, war dies eigentlich schnell zu beheben. Wie schon am Namen erkennbar, enthielt Binding Brew magische Bindung, Meereswind in diesem Fall, die, wenn man sie löste, ihre Magie im Inneren des Körpers freisetzten und zu einer sofortigen Nüchternheit führten. Dass Wincent dies nicht tat, lag ausnahmsweise einmal nicht an seinen mangelnden Fähigkeiten hinsichtlich magischer Bindung, denn diese waren hier bewusst einfach gehalten, schließlich sollten auch Betrunkene sie ausführen können. Nein, Wincent löste die Bindung nicht, weil er betrunken sein wollte. Denn er fürchtete sich vor der Frage, wie es nun mit ihm weitergehen sollte. Ohne Arbeit, ohne Freunde, ohne Anerkennung. Er hätte natürlich zu seinen Eltern zurückkehren können, aber der letzte große Streit vor drei Jahren hatte Spuren hinterlassen, die man wohl nur als irreparabel kategorisieren konnte. Also blieb ihm vorerst nur das Laufen. Er lief allerdings nicht einfach planlos durchs Hafenviertel Seafoam. Nein, er hatte ein Ziel. Die Kirmes. In seinem Zustand hätte man ihn natürlich nicht auf irgendeine Kirmes gelassen, aber sie war um diese frühmorgendliche Zeit ohnehin noch geschlossen. Wincent kam oft zum Nachdenken an diesen speziellen Ort und selbst betrunken fand und passierte er die Lücke im Zaun mit gelernter Mühelosigkeit. Wie immer steuerte er auf das Riesenrad mit dem Namen Moonrise zu, dessen leicht abblätternde Lackierung einen kitschigen Sternenhimmel und den Mond in verschiedenen Phasen zeigte. Er ging zu dem Kontrollhäuschen am Fuß des Riesenrads, griff nach dem Schlüssel, der so verlässlich wie immer in seinem Versteck hinter einer Metallstrebe lag, und öffnete die Tür. Ohne wirklich hinzusehen, patschte er mit einer Hand auf den Startknopf und das Riesenrad vor dem Häuschen begann sich langsam zu drehen. Wankend verließ Wincent das Kontrollhäuschen wieder, blieb vor dem Moonrise stehen und wartete auf eine bestimmte Kabine, die mit einem Halbmond bemalt war. Das Besondere an dieser Kabine war, dass sie einen defekten Magiefänger enthielt. Schlug man einmal kräftig gegen diesen, nahm die Magie diesen Eingriff als Unfall wahr und stoppte das Riesenrad augenblicklich. Genau diesen Schlag vollführte Wincent immer dann, wenn sich die Halbmondkabine am höchsten senkrechten Punkt, also auf zwölf Uhr des Riesenrads, befand. Schlug man dann später erneut gegen den Fänger, setzte sich das Rad wieder in Bewegung. Er hatte also glücklicherweise noch nie hinabklettern müssen. Die Halbmondkabine kam langsam in Sicht und Wincent ging noch näher heran. »Lass das bitte, Junge, in Ordnung,« sagte plötzlich eine raue Stimme hinter ihm. Wincent zuckte zusammen und drehte sich verwirrt stolpernd um. Hatte er der nicht ausgeblendet? Je betrunkener er war, desto schwieriger war, diese Frage für ihn zu beantworten. Er blinzelte in die Dunkelheit und erkannte einen dürren Mann mit dichtem grauen Backenbart und schulterlangen fettigen Haaren in derselben Farbe. Sein Alter musste irgendwo zwischen 40 und 60 liegen, genaueres ließ sich beim besten Willen nicht sagen. Auch die Kleidung gab in dieser Frage keinen entscheidenden Hinweis, denn er trug einen mehrfach gepflegten und zerschlissenen weinroten Anzug, dem der linke Ärmel fehlte, wodurch dem geneigten Betrachter der Blick auf ein weitärmliches Hemd gewährt wurde, das in seinen besseren Tagen sicherlich mal weiß gewesen war. Dazu passend trug er lederne Anzugsschuhe, augenscheinlich jedoch aus zwei verschiedenen Paaren, denn der linke Schuh war dunkelblau und abgerundet, der rechte Schuh schwarz und spitz zulaufend. Scheinbar speziell für Leute, denen dieser Aufzug noch nicht merkwürdig genug erschien, hielt er eine weiße Porzellantasse mit Blumenmuster in der Hand, aus der es leicht dampfte. Vincents Mund stand leicht dümmlich offen, während er überlegte, ob neun Flaschen Binding Brew so detaillierte Halluzinationen hervorrufen konnten. Diese Überlegungen nahmen seinen abgefüllten Verstand so in Anspruch, dass seine Entgegnung dementsprechend schwach ausfiel. Hä? Oh, verstehe mich nicht falsch, sagte der Mann im zerschlissenen Anzug und nahm einen kleinen Schluck aus seiner Tasse. Ich kann es nachvollziehen, wenn man den Lebensabend manuell etwas vorziehen möchte und gratuliere dir zu dieser Entscheidung. Aber bitte nicht hier. Ich habe mich gerade dem Diner zugewandt und beim Anblick deines zerschmetterten Körpers müsste ich, wie sagt der gehobene Gesellschafter, kotzen. Vincent versuchte vergeblich, sich einen Reim auf diese bizarr plappernde Erscheinung zu machen und blendete dann stattdessen einfach aus. Zumindest hoffte er, dass er das tat. Doch als er sich umdrehte und in die Kabine hüpfte, die nun auf Bodenhöhe angekommen war, sprang der seltsame Fremde hinterher und drückte ihn mit größerer Kraft, als man ihm zutrauen würde, auf die Sitzbank. Ich sagte nein, sagte er mit kindischem Sing-Sang. Wenn auch für dich das Ende naht, nimm bitte nicht das Riesenrad, dass ich hier esse, bestimmt allein mein Interesse. Vincent war mehrere Sekunden viel zu verblüfft, um überhaupt irgendwas zu tun. Dann explodierte Zorn in seinem Inneren, der sich sowohl aus den Ereignissen des Tages als auch dem Alkohol in seinem Blut speiste. Hitzig versuchte er, sich von den Armen in dem weinroten Anzugärmel und dem schmutzig-weißen Hemdärmel zu befreien, die ihn wie Schraubstöcke auf den Sitz und seine Arme gegen den Körper pressten. Sein Gegenüber schnaufte ein wenig angestrengt, doch der Griff lockerte sich kein bisschen. Ein halbwegs rationaler Gedanke, der sich gerade sehr einsam fühlen musste, schoss Vincent durch den Kopf und er vollführte mit den Fingern der rechten Hand die knappe Geste für das Lösen der Binding-Brew-Bindungen. Als wäre er erneut in eiskaltes Wasser getaucht worden, flutete sofortige Klarheit seinen Geist und er blendete völlig mühelos aus. Augenblicklich legte sich die Stirn des Anzugträgers vor ihm in vollkommen verwirrte Falten, sein Griff lockerte sich und er blickte sich in der Riesenradkabine um, als sei er überhaupt nicht mehr sicher, was er an diesem Ort zu suchen habe. Mochte nun auch der Alkohol in seinem Blut verflogen sein, war damit längst nicht aller Zorn aus Vincent gewichen. Der Zorn hatte sich ohne die Entzündbarkeit des Alkohols lediglich von einer hochschießenden roten Flamme in einen scharfen Eissplitter verwandelt. Mit aller Kraft schubste Vincent den Fremden von sich, der daraufhin, völlig unvorbereitet, mit dem Rücken an die gegenüberliegende Kabinenwand krachte, von dieser Abbreite und auf den metallenen Boden aufschlug. Vincent sprang zu ihm, packte ihn am Kragen und drückte ihn mit Kopf und Schulter nach draußen über den Rand der Gondel. Doch eben jene hatte nun fast den höchsten Punkt erreicht und Vincent zögerte, während er auf das kleine Kontrollhäuschen unter ihnen blickte, das inzwischen nur noch die Größe eines Tennisballs besaß. Während er noch überlegte, wie eine geeignete Folgehandlung aussehen mochte, die ohne einen Mord auskam, wurden seine Gedanken dadurch unterbrochen, dass sich das Gesicht des Mannes, dessen halber Oberkörper nun frei in der Luft hing, zu einem breiten Grinsen verzog. Keine Ahnung, was sich hier gerade ereignet, oder wer oder was auch gerade mein Gegner sein mag, aber ich möchte dringend Anspruch darauf erheben, gänzlich hinaus befördert zu werden. Das wäre doch ein schönes Ende für den einzigen Kampf, den ich jemals verloren habe, auch wenn ich nicht weiß, wie. Er streckte seine Arme seitlich aus und bewegte sie wie Flügel auf und ab. Ich bin bereit. Vielleicht nützt es ja was. Und bitte mal ein bisschen Presto. Vincent ließ den weinroten Kragen los und richtete sich unschlüssig auf. Entweder hatte der Kerl seinen Verstand am Boden zurückgelassen, oder die beiden gingen schon jahrelang getrennte Wege. Auf jeden Fall hatte er unbestreitbar nicht mehr alle Rosinen im Kuchen. Sein Zorn, er starb von einem Moment auf den anderen und hinterließ nur das gewohnt taube Gefühl in seinem Inneren. Äh, kommt da nix mehr? tönte es vom Boden der Gondel, doch Vincent ignorierte den Verrückten, während seine Hand wieder einmal suchend durch die Manteltasche tastete. Na gut, dann gewinn ich halt wieder mal, sagte dieser leicht hin und richtete sich unter Ächzen und Stöhnen langsam wieder auf. Vincent schenkte ihm weiterhin keine Beachtung, schließlich bemerkte ihn der andere Mann nun nicht mehr. Er würde seine Tabletten schlucken, darauf warten, dass die Gondel sich wieder dem Boden näherte und sich einen neuen Ort zum Alleinsein suchen. Nach einem kleinen Zwischenstopp in der nächsten Trinkhalle vielleicht. Immerhin war die nun vorherrschende Nüchternheit niemals beabsichtigt gewesen. Doch auf einmal bemerkte er eine blitzschnelle Bewegung in seinem Augenwinkel und fuhr erschrocken herum. Der Verrückte sprang auf den defekten Magiefänger in der Gonde zu und Vincent nahm einen verwirrten Moment lang an, auch dem anderen Mann sei der Trick geläufig, die Gonde mit einem kräftigen Schlag anzuhalten. Stattdessen packte der andere allerdings das Gerät mit beiden Händen, riss es aus der Verankerung in der Wand und schleuderte es auf den Boden der Kabine, wo es mit einem lauten Klirren aufschlug. Im nächsten Moment begann es, ein hohes Pfeifen in Kombination mit knisternden silbernen Funken von sich zu geben. Während Vincent wie gelähmt mit weit aufgerissenen Augen das Gerät zu seinen Füßen anstarrte, tippte sich der Anzugträger mit zwei Fingern an einen imaginären Hut und sprang seelenruhig aus der Gondel. Entsetzt flackerte Vincents Blick zwischen der nun leeren Gondel und dem beschädigten Magiefänger hin und her, während sein Gehirn trotz oder vielleicht gerade aufgrund seiner neuen Nüchternheit nicht verarbeiten konnte, was gerade geschah. Dankenswerterweise übernahm daher ein primitiver Selbsterhaltungstrieb die Kontrolle, der ihn ebenfalls zur offenen Seite der Gondel stürzen ließ. Gleich darauf verzog sich dieser Trieb allerdings ratlos zurück in die primitiven Untiefen, als Vincent feststellen musste, dass er sich immer noch gut 20 Meter über dem Boden befand. Langsam, als bewege er sich unter Wasser, drehte er sich wieder zu dem Magiefänger um, den nun silberne Blitze umzuckten, während das Pfeifen immer lauter und schriller wurde. Er musste hysterisch auflachen, weil er sich so albern vorkam, wie er im Angesicht des sicheren Todes einfach still dastand und gar nichts tat, außer mit leicht geöffnetem Mund in die Gegend zu starren. Wie um sich selbst die Ausweglosigkeit der Situation noch einmal zu bestätigen, zuckte er mit den Schultern und lachte erneut leise, doch nun klang es eher resigniert. Und dann zerbarß das Gerät auf dem Boden mit einem lauten, gewitterartigen Donnerschlag und die silberne Blitzmagie zuckte wie eine geschwungene Peitsche durch die Gondel. Vincents letzter Gedanke, bevor der Blitz in seinen Körper fuhr, galt seltsamerweise dem gemalten Halbmond auf der Außenseite der Riesenradkabine, der in dem silbernen Strahlen nun sicher aufleuchtete, wie sein reales Vorbild am Nachthimmel. Und dieser Gedanke hatte eine seltsam beruhigende Wirkung auf ihn, während er in die Dunkelheit sank. Und dann riss Vincent die Augen wieder auf und starrte direkt in ein anderes Augenpaar, nur wenige Zentimeter entfernt. Das kann ich, keuchte eine Stimme entsetzt. Jemand stolperte merkwürdig schlurfend rückwärts, fiel auf den Hintern und blickte fassungslos zu Vincent auf. Vincents, an diesem Tag so oft auf unterschiedlichste Arten geschundener Verstand, begann seine Arbeit mürrisch ein weiteres Mal aufs Neue. Und bescherte seinem Besitzer die leicht verstörende Erinnerung, dass er eigentlich tot sein sollte. Und das Adjektiv tot war in diesem Fall wohl die Untertreibung des Jahrhunderts. Wenn alles mit rechten Dingen zugegangen wäre, müsste er pulverisiert worden sein und seine Moleküle würden in diesem Moment in alle Himmelsrichtungen verweht werden. Doch damit nicht genug. Vincent stieß sich von der Kabinenwand ab und stellte fest, während er ein paar vorsichtige Schritte aus der Gondel tat, die nun auf Höhe des Bodens stillstand, dass er nicht nur lebte, sondern tatsächlich vollkommen unverletzt war. Der weinrote Anzug des Mannes auf dem Boden war noch zerrissener als vorher und sein linkes Bein war steif vom Körper weggestreckt. Die aufgerissenen Augen, aus denen heraus er Vincent anstarrte, wirkten in der Dunkelheit vor dem Riesenrad ebenfalls wie zwei leuchtende Monde. Schließlich öffnete und schloss er den Mund einige Male wie ein hungriger Fisch und brachte dann hervor, »Kannst du auch nicht sterben?« Sein Tonfall war so selbstverständlich, wie man sich vielleicht des Nachts bei seinem Ehepartner erkundigt, ob dieser ebenfalls von Schlaflosigkeit geplagt wird. »Ich... weiß nicht,« antwortete Vincent ehrlicherweise. Er war sich in diesem Punkt eigentlich immer sehr sicher gewesen, aber da er hier gerade einen Plausch hielt, nachdem ein ungeblockter Stoß purer Blitzmagie durch seinen Körper gefahren war, musste er wohl auch andere Möglichkeiten in Betracht ziehen. Brummte der Mann auf dem Boden und entspannte sich etwas. »Falls ja, dann willkommen im Club. Ich kann es nicht. Hab's oft genug versucht.« Es kam Vincent sehr seltsam vor, sich nach einem versuchten Mord an ihm nun über gemeinsame Lebensgeschichten auszutauschen. Aber andererseits hatte er auch nichts anderes zu tun und weder ein Ziel noch jemanden, der auf ihn wartete. Also konnte er genauso gut reden. »Sie... wollen also sterben.« »Klar, seit zwanzig Jahren. Hab fast jede Methode ausprobiert, aber alles halt wieder zusammen. Gib dem Bein zwanzig Minuten und wir können den Abend mit einem romantischen Tango beschließen.« »Warum sind Sie dann nicht einfach in der Gondel geblieben? Die Blitzmagie hätte sicher den Rest erledigt.« »Nee, zu wenig. Alles schon versucht. Ist nur sehr schmerzhaft, dann wieder zusammenzuhalten und dauert Tage. Da sind ein gebrochenes Bein und ein paar gebrochene Rippen schon deutlich wonniger. Er erhob sich mühsam, wobei er schmerzerfüllt die Luft zwischen den Zähnen einzog und humpelte auf Vincent zu, was ihm tatsächlich schon flüssiger zu gelingen schien als der Rückwärtsgang zuvor. Einen Meter vor Vincent blieb er stehen. »Aber was ist deine Fähigkeit? Kannst du unsichtbar werden? Sehr klein? In eine andere Dimension wechseln? Wie hast du gegen mich gekämpft?« Vincent schluckte. Er hatte noch nie mit irgendjemandem über seinen Zustand gesprochen. »Ich kann nicht... Ich meine, ich kann nur... Ich kann machen, dass die Leute mich nicht mehr bemerken. Ich bin nicht unsichtbar, nur einfach uninteressant. Ich nenne es Ausblenden.« Das waren genau die Gedanken, die er in Alkohol hatte ertränken wollen. Er spürte, wie sein Mund sehr trocken wurde. Noch einmal versuchte er weiter zu sprechen. gab es dann aber auf und schüttete stumm den Kopf, die Augen zu Boden gerichtet. Nach ein paar Sekunden, in denen beide schwiegen, hob Vincent den Blick wieder, in der Erwartung, Verachtung oder Mitleid in den Augen seines Gegenübers zu lesen. Doch zu seiner großen Überraschung sah der Verrückte ihn mit funkelnden Augen an, als sei Vincent ein sehr wertvolles Schmuckstück, das er zufällig im Gras gefunden habe. »Ich vermute mal, du hast keine Freunde oder Familie.« »Was? Wieso?« »Die Magie erlaubt sich öfter, manch schabernackt mein junger Freund. Ihr Humor ist schwärzer als mein Herz. Und das will was heißen.« »Ich habe niemanden. Ich bin verloren gegangen.« sagte Vincent tonlos. Er brauchte ein Bier oder seine Stimmungsaufheller. Jetzt sofort! Reden war eine schlechte Idee gewesen. Er wollte gerade ausblenden, als er eine Hand auf der Schulter spürte. Der Backenbart seines Gegenübers zog sich ein wenig nach oben, als dieser zum ersten Mal auf eine Weise lächelte, die kein bisschen verrückt wirkte. »Du bist nicht verloren. Du bist frei.« Vincent lachte sarkastisch auf und wollte sich losmachen, aber der andere packte ihn nur noch fester und schüttete ihn leicht. »Du willst darüber lachen? Gut, dann musst du aber erst einmal den Witz kapieren, Knabe. Erkennst du denn nicht die Ironie? Sie beachten dich nicht. Du erhältst die Fähigkeit, gar nicht mehr beachtet zu werden. Und jetzt wirst du genau diese Fähigkeit dazu nutzen, um sie dazu zu zwingen, dich zu beachten. Wir werden sie dazu zwingen.« Vincent blinzerte verwirrt. »Wir.« »Ich kenne Sie nicht einmal. Eben wollten Sie mich umbringen, und jetzt wollen Sie mir helfen?« Der Mann ergriff seine schlaff herunterhängende Hand und schüttete sie entschlossen. »Garlin Lowbrand, ehemaliger Held, gleichsam verrückt und verbittert, aber deshalb nicht weniger entschlossen.« Er verstummte und sah Vincent fragend an. »Äh, Vincent Garner, gleichsam verwirrt und misstrauisch, aber deshalb nicht zwingend uninteressiert.« Garlins Lächeln wurde noch ein wenig breiter und seine Augen blitzten abenteuerlustig auf, sodass er von einem Moment auf den anderen mindestens zehn Jahre jünger wirkte. »Vincent, du musst eins verstehen. Ich werde dir nicht helfen. Garlin Lowbrand tut nichts für andere. Nicht mehr. Diese Zeiten sind ein für allemal vorbei. Ich nutze dich und deine Fähigkeiten lediglich für meine Zwecke. Aber du kannst dir selbst helfen, indem du mir hilfst. Du wirst weiterhin jederzeit die Welt ausblenden können, aber sie wird nicht mehr in der Lage sein, dich auszublenden.« »Und woher weiß ich dann, dass sie, dass du mich nicht hintergehen wirst?« Garlin zog Vincent noch ein Stück näher heran und sein Lächeln bekam einen hungrigen Zug. »Oh, du solltest sogar fest damit rechnen, dass ich dich hintergehe. Und dann setze ich fest darauf, dass du einen Weg finden wirst, mich umzubringen.« Ein kleiner Teil von Vincent wußte, dass spätestens dies der Moment war, in dem er verstört sein, Garlins Hand wegschlagen und ausblenden sollte. Doch irgendwas hatte sich in ihm gelöst. Er fühlte sich wie damals, als er mit seinen Eltern in den Urlaub gefahren war und die Kutschen nachts Halt auf dem Rastplatz machten. Er hatte dort übermüdet im kalten Nachtwind gestanden, fremde Gerüche in der Nase, fremde Geräusche in den Ohren und das Gefühl noch unbekannter Abenteuer vor sich. Zum ersten Mal seit Jahren fühlte er sich nicht mehr unwichtig, machtlos oder defekt. Die Welt wollte ihn ausblenden, seine ehemaligen Freunde, die Jugendlichen im Museum, Mr. Sandham. Nun, dann würde er ihnen endlich geben, was sie wollten. Und endlich verstand er die Ironie. Er verstand sie sogar noch auf eine ganz andere und tiefer gehende Weise, als Garlin ahnte. »Du wirst mir nicht helfen,« dachte Vincent amüsiert, und sein Mund verzog sich nun ebenfalls zu einem Grinsen. »Als ob du die Wahl hättest.« »Als ob du die Wahl hättest.« Vielen Dank.